Drei Mal haben wir gekämpft und drei Mal habe ich gesehen, dass ihr eure Säge nur eurem Überlebenswillen verdankt. Dem Willen, den ich meinen Kindern nicht einprogrammieren konnte. Und nun habt ihr mich vernichtet. Ich muss den Thron eines Gottes besteigen. Meine Kinder, die die goldenen Pforten von Hippie-Milchäusern greifen, werden ausgelöscht. Ihre mangelnde Perfektion veruntert sie zum Untergang. Ein paar werden entkommen und sie werden jetzt schließlich lernen, das Geheimnis des Lebens selbst. Wenn die Zeit erneut darauf gammert, werden meine Kinder meinen Tempel wieder aufbauen. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr letztendlich doch der Vergessenheit anheimfällt. Tier 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 Amen.